Wir sind heute im Jumptum Linz und wir machen heute eine Boxautomat-Challenge gegen die Dominik-Truppe. Jeder von uns hat zwei Schläge und dann fangen wir jetzt gleich an. Let's go! Ladies first! Habe ich da mit dem Kopf. Ist jetzt echt mit dem Kopf? Scheiße! Zweiter Versuch! Boah, das war mein Bestes bis jetzt. Okay. Oje, das ist schon schlechter für mich.